Ja, heute wollte ich euch mal was zeigen. Und zwar habe ich bei Amazon Warehouse Deals was total cooles gefunden vom Passionata. Ein BH natürlich. Richtig geile Qualität. Echt super. Und auch für den Preis. Normalerweise kostet dieser BH über 50 Euro. Ich habe ihn für 12 Euro bei Warehouse Deals bekommen. Eine super Sache von Amazon. Ja, ist auch gut ausgezeichnet. Also super Sache. Sind auch total gut verpackt. Moment. Hier. Wie ihr seht. Der eine kostet 49. Der andere 59. Moment. Knitter, knitter, knitter. Ich finde die Qualität einfach super. Ja. Nicht so wie von Billig-BHs. Richtig schön verarbeitet. Das ist ein Skinny-BH. Dass man etwas dünner noch von der Oberseite hier aussieht. Ich habe ihn mal im A bestellt. 95. Und ja. Ich muss sagen, super verarbeitet. Mit kleinen Schleifchen. Total süß gemacht. Auch total gut. Hinten der Verschluss. Echt süßer BH mit Schleifchen. Gefällt mir besonders gut. Aber der. Der ist so mein Favorit. Der schaut aus wie Wölkchen vorne. Ach, ist der süß. Und hier nochmal Passionata. Dass man auch sieht. Ja. Es ist der BH. Und ja. Den habe ich mir in 80a bestellt. Der hatte mal 49 gekostet. Habe ich für 12 Euro bekommen. Super Sache. Ähm. Hier sieht man auch nochmal das kleine Schleifchen. Total putzig innen. Push-up. Ist super. Zieht man nichts durch. Weich. Und nicht kratzend. Also super Sache. Kann ich nur empfehlen. Super BHs.